Hallöchen, Buongiorno, ich bin Flo und ich habe gleich einen Studiogast bei mir, der liebe Jonas Hu kommt vorbei, DJ, Produzent und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also, hey, ich freue mich wahnsinnig, dass du es doch noch geschafft hast, dass du noch angekommen bist, freue mich wahnsinnig und meine allererste Frage an dich wäre, ich habe wirklich viel durchgeguckt und durchgelesen und ich habe, glaube ich, keine Antwort gefunden. Du weißt Jonas, wo kommt das U her? Ja, gute Frage, das Jonasu ist quasi Jonas auf Japanisch und die Geschichte ist, dass ich, als ich 18, 19 war, habe ich ein Album released in Japan, ich hatte damals mein erstes Projekt, das war so eine R&B Band und ich war dann, genau, das wurde released und dementsprechend kamen viele Reviews, Interviews, alles mögliche an und dann haben sie halt alles immer quasi auf Japanisch übersetzt und das habe ich dann in Google Translate eingegeben. Und dann wurde mein Name, das Zeichen quasi als Jonasu rückwärts übersetzt und das haben dann Freunde von mir irgendwie aufgenommen und die haben das natürlich mitgekriegt und die haben dann angefangen, mich Jonasu zu nennen. Aber hast du eine Connection zu Japan oder war das einfach damals? Das Album war die erste Connections und also genau, ich war leider noch nie da, das steht noch auf meiner Bucketlist, will da sehr gerne hin, aber genau, ich hatte halt damals viel zu tun mit Leuten dort und kommuniziert und ja, Englisch ist dann die Sprache. Jetzt habe ich dir noch ein paar Sachen vorbereitet, ich sage mal ein paar Stichworte, wo ich von dir wissen will, sind die deiner Meinung nach overrated oder underrated? Okay, bring it on. Bring it on, Punkt 1 sind Bucketheads. Fischerhüte. Overrated. Oh, echt? Ja. Mittlerweile? Mittlerweile. Mittlerweile, ja. Deswegen musste ich gerade überlegen. Dann, nächster Punkt, Autotune. Underrated. Ah, krass. Also, das sage ich, weil man mit Autotune sehr viele Möglichkeiten hat, die Leute, es hat ja einen schlechten Ruf unter Leuten, aber es ist halt einfach nur ein Effekt, den man sehr cool nutzen kann. Und man kann den eben auch nutzen auf eine Art und Weise, wie es eigentlich nicht gedacht ist, dass man, also ich nehme oft Sachen auf und tune die dann, aber mach die nach dem Autotune. Dann, alles zu tief, alles zu hoch und dann klingt es wie so eine alte Vinylaufnahme zum Beispiel. Ah, okay. Also, eher als Stilmittel, als jetzt, als wirklich, damit jemand besser singt. Absolut, ja. Okay. Dann, Brillen mit orangenen Gläsern. Underrated. Das dachte ich mir. Sehr angenehm zu tragen. Das ist geil, ne? Ja, ist mega. Sieht einfach immer nach ein bisschen schönerem Wetter aus. Ja, es ist einfach, es ist echt reprimierend, wenn man die dann abnimmt, jedes Mal. Ja, London? Underrated. Oh, echt? Weil London ist schon wirklich hoch geratet, oder? Ja, ja, aber es ist sehr cool. Trotzdem noch underrated? Mir fehlt die Stadt. Und Berlin? Also, ich war jetzt ein paar Monate nicht da und es ist echt eine coole Stadt. Ja, wie ist das, ist die schon overrated oder ist die noch underrated? Oh, ich glaube, es kommt wirklich drauf an, wenn man fragt, was jetzt nicht rated ist. Also, ich glaube, mittlerweile habe ich so das Gefühl, viele Leute finden mittlerweile irgendwie Berlin schon wieder irgendwie echt doof. Ja. Weil so voll, so laut, so irgendwie. Auf der anderen Seite hast du dann irgendwie viele Berliner, die sagen so, nee, das ist der schönste Ort der Welt. Absolut, kann ich dir zustimmen. Kommt auch, glaube ich, ein bisschen so an, was man so in Berlin treibt und wie man so in Berlin unterwegs ist. Also, für dich, also, dein ist ja dein Homespot wirklich. Underrated. Dann. Muss ich sagen. Ja, sonst gibt es Ärger. Dann habe ich für dich noch, wir haben eine Rubrik, die heißt Künstler über Künstler. Okay. Wo ich dir quasi ein paar Artists gebe und du sagst mir so, einfach wirklich in ein, zwei Sätzen, hey, finde ich cool, finde ich vielleicht voll blöd. Okay. Tut immer voll cool. Ich hoffe, ich kenne die, weil ich kenne ganz, also, ich kenne ganz wenige deutsche Künstler. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Auswahl für dich vorbereitet. Vielleicht sagst du aber auch, ist immer öffentlich voll cool, aber eigentlich privat doof. Okay. Nein, Spaß, du musst hier keine Shots feiern. Punkt eins, Tiesto. Ja, sehr cool. Sehr cool. Coole Musik, cooler Typ, hat echt irgendwie in den letzten Jahren mit den ganzen Singles so eine Sparte getroffen mit Musik, die im Radio funktioniert und auch im Club. Ja. Wo ich total viel Respekt vor habe. Sehr schwierig. Wahnsinnig beeindruckend, was das angeht. Auch, ich sage mal, die reine Langlebigkeit dieser Karriere finde ich auch irgendwie bewundern. Ja, also abgefahren. Dann Tate McRae. Super Stimme, super, ja, super Image finde ich auch. Also, irgendwie ist das alles stimmig, was sie macht, bricht, glaube ich, genau die Zielgruppe an, die sie auch selbst ist und so. Und ja, super Performer. Dann ein deutscher Vertreter, Topic. Topic, ja, Topic habe ich einmal nur persönlich getroffen und ich war, glaube ich, sehr betrunken bei ADE in Amsterdam. Aber, ja, cooler Typ, coole Musik. Wie viel weißt du davon noch? Nicht mehr so viel. War Topic auch betrunken? Wahrscheinlich. Okay. Ja, sonst wäre vielleicht ein bisschen unangenehm. Ja, wahrscheinlich. Topic kennt mich nur sauber soffend. Das musst du ihn dann fragen, wenn er das nächste Mal hier ist. Das mache ich. Erzähl mir von dem Abend mit Jonas. Das war, ja, ADE halt. Ja, dann Sam Feld. Ja, Sam kenne ich schon sehr lange, super Typ, hat meine erste Erfolge mit ihm. Super Musik, super DJ. Also manchmal unterschätzt man, das muss ich jetzt loswerden, Leute unterschätzen, wie gut professionelle DJs manchmal sind. Also Sam legt, glaube ich, auf, seitdem er fünf ist und sein DJ-Deck ist seine Heimat und das ist echt abgefahren. Und viele Leute denken halt, okay, der released Musik und hat Hits, keine Ahnung, aber der kann so krass DJen und der kennt so viel Musik. Es ist absurd. Genauso wie Tiesto zum Beispiel auch. Also es ist beeindruckend. Dann habe ich noch Lost Frequencies für dich. Yes. Felix habe ich persönlich, glaube ich, noch nicht getroffen, aber habe natürlich einen Song von ihm geschrieben. Auch sehr cool, weil er eben auch so seine Nische gefunden hat in der Dance-Musik und der treu geblieben ist, was auch nicht viele schaffen oder machen und total seinen eigenen Stil hat. Finde ich immer irgendwie auch dann trotzdem sich revolutioniert und trotzdem neue Sachen schafft, die aber immer noch genau so klingen wie andere Sachen von ihm. Bei Lost Frequencies finde ich auch wirklich immer so krass, der hat wirklich so eine musikalische Handschrift. Ja, voll. Also selbst wenn du den Song nicht kennst, also dich natürlich ein bisschen mit Musik auskennst, das ist schwierig, aber wenn du den Song nicht kennst und das hörst, kann man irgendwie schon sagen, höchstwahrscheinlich von dem. Direkt, ja, ja. Das ist krass. Und dann als Letzte, ihr habt einige TikToks zusammengedreht, Norma Jean Martini. Norma, ja, ja. Norma kenne ich schon sehr, sehr lange. Sie ist eine der besten Sängerinnen, die ich kenne. Ach ja? Die Stimme ist der Wahnsinn. Jedes Mal, wenn sie den Mund aufmacht und singt, dann klingt alles gut und da denkt sie nur, super. Ja, und sie ist sehr, sehr lustig. Ich habe auch mit ihr viel zusammen erlebt, habe viel mit Camps und habe mit ihr viel gearbeitet. Deswegen war es auch cool, dass wir endlich auch mal einen Song zusammen releasen, weil wir viele Sachen zusammen geschrieben haben für andere Leute und sehr cool. Ist man manchmal neidisch auf so eine Stimme? Absolut. Also du als jemand, der ja wirklich ein Musiker ist. Absolut. Dass man sich so denkt, boah, krass, wenn ich so singen könnte. Voll, voll, ja. Das ist ein Talent und ich glaube, das ist natürlich auch viel Übung und so weiter, aber sie ist, glaube ich, auch so ein bisschen in die Wiege gefallen bei ihr. Ja, sehr gut. Ein Künstler stellt bei uns immer, also kriegt quasi vom vorherigen Interviewgast eine Frage gestellt. Also die beantwortest du und dann einfach irgendwas, was dir einfällt, die dann der nächste Interviewgast bei uns beantwortet. Okay. Quasi die Frage von dir. Okay. Jetzt kannst du dir noch eine Frage überlegen für jemanden, der als nächstes kommt. Wissen wir ja noch nicht, wer das ist. Das kann eine Schlagersängerin sein. Das kann auch ein Deutscher wie du sein. Das kann aber auch, wer, jeder kann hier auftauchen. Ich brauche aber eine geile Frage. Ja, überlegst du. Ananas auf Pizza war auch cool, aber ich brauche was Geiles. Okay, McDonalds oder Burger King? Maggie. Ja, ne, schon. Oh, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt wirklich gerne mal hier ein Abo dalassen, Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.